Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier gerade am Flughafen. Es geht gleich Bahrain in den Flieger. Es geht nach Bahrain. Ich freue mich sehr zur WEC. Nach Stundenrennen mit Peugeot. Und ich habe mir gerade noch was zu snacken geholt. Ich habe echt Hunger. Ich bin seit 3.30 Uhr, glaube ich, wach. Jetzt haben wir irgendwas mit 7 Uhr. Steht 10 Uhr. 7.40 Uhr. Bahrain in ein neues Abenteuer. Ich freue mich und nehme euch mit. Der erste Flug ging dann von Berlin nach Doha, also nach Katar. Und irgendwie ging das Entertainment-System bei mir nicht richtig. Also ich konnte die Kopfhörer nicht nutzen. Und ich habe selber keine mehr mit Klinkenanschluss. Deswegen habe ich einfach Werbit Millionär gespielt, um mir einfach die Zeit ein bisschen zu vertreiben. Und zumindest hier bei den Fragen zur griechischen Mythologie konnte ich ein paar Punkte mitnehmen. Ansonsten habe ich mir für diese Karte einfach angeguckt, weil ich es super interessant finde, wo man herfliegt. Und ich habe so einfach den restlichen Flug genossen. Musik gehört, Fährbücher gehört und sowas. Und dann sind wir nach ungefähr 7 Stunden Flug auch gelandet. Die Landung war ein bisschen holprig. Ja. Und der Flughafen in Doha ist einfach richtig krass. Es sind super schöne Geschäfte da, wie dieses Restaurant. Es war einfach ein McLaren da. Hier so ein Porsche mit Gulf Livery. Es ist also, es war irgendwie krass. Und dieser komische Bär. Ich habe immer noch nicht verstanden, was seine Mission ist. Ich fand den so creepy. Und das fand ich noch besonders cool. Es gab einfach so einen Simulator, einen F1-Simulator von McLaren im Flughafen. So was. Dann wurde erstmal vor dem Flug noch ein bisschen was gesnackt hier in so einem Sushi-Restaurant, wo das Essen so auf dem Laufbund vorbei wird. Und auf einmal standen wir mitten im Dschungel. How? Das ist einfach halt wirklich so ein Dschungel im Flughafen. Das fand ich halt super fancy, weil ich sowas zuvor halt noch nicht gesehen hatte. Und nicht, dass es so häufig vorkommt. Ich glaube, in Singapur gibt es sowas auch. Aber das wusste ich halt irgendwie so gar nicht. Und war ganz cool. Dann ging es von Doha nach Bahrain. Und der Flug ging halt, ich weiß nicht, nicht so lang. 45 Minuten oder so. Dann sind wir in Bahrain angekommen, in der Hauptstadt Manama. Und es ging direkt erstmal zum Hotel. Ich bin jetzt im Hotel hier angekommen. Was ist das bitte für ein... Also das ist kein Zimmer. Das ist halt einfach eine Wohnung. Hier ist Wohnzimmer. Hier haben wir einen schönen Tisch hier. Schlafzimmer, was einfach riesig ist auch wieder. Hallo. Was ist hier noch? Keine Ahnung. Da drohe wir. Jo. Was ist das denn? Das ist monströs. Okay. Ganz wild hier irgendwie. Ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich bin ein bisschen fertig. Ist das, war die 22 Uhr oder so? Ja, ich muss das erstmal verarbeiten. Okay. Am nächsten Morgen ging es dann zum Manama Souk. Das ist quasi der Markt dort vor Ort. Und bei diesem Gebäude kamen früher die Leute an und haben ihren Pass abstempeln lassen und sowas. Wir sind erstmal hier durch diese Gasse gegangen und wir haben gelernt, es gibt zwei Sachen, die man nicht ablehnen darf. Parfüm und wenn jemand eine Sitzgelegenheit anbietet, das ist unhöflich, das abzulehnen. Und wir durften auch ein Hindu-Tempel uns angucken, durften auch rein und haben kleine Geschenke bekommen. Mega lieb. Und hier sind wir dann auf dem Markt und es gab so viele Sachen dort. Also es war eigentlich eine komplette Reizüberflugung, was man dort alles kaufen konnte. Viele Gewürze. Und das bereue ich ein bisschen, keine Gewürze mitgenommen zu haben. Und dort ist es so, dass du erstmal alles probieren darfst, bevor du es kaufst. Also die Leute bieten dir auch die ganze Zeit an, Sachen zu probieren. Als nächstes waren wir in einem historischen Museum, wo man die ganze Geschichte von Bahrain sehen konnte. Und wir hatten halt einen super lieben, netten Guide bei uns, der uns alles wirklich erzählt hat. Zum Beispiel wird dort ja sehr viel Schwarz getragen, was daran liegt, dass Quallen von Schwarz abgeschickt werden aufgrund eines Raubfwischs, der die Farbe hat. Und sonst werden die Leute beim Tauchen nach Perlen von Quallen gestochen. Hier sehen wir zum Beispiel auch noch Gräber. Und jetzt das hier. So werden auch Gräber immer noch aus. Und behaltet das mal im Hinterkopf. Wir waren dann an einem Point, das nannte sich Bahrain Bay. Und dort auf dieser Insel ist das Four Seasons Hotel. Und diese Insel gehört einem Herrn aus Saudi-Arabien, der die Insel da einfach quasi gekauft hat. Generell finde ich es super interessant, wie schnell in Bahrain eine moderne Zivilisation aufgebaut wurde. Da 1970 das alles noch ganz anders aussah, wie wir so ein bisschen im Museum gesehen haben. Deswegen finde ich das jetzt hier sehr beeindruckend, wie viel da noch gebaut wird. Nachdem wir im Bahrain Bay waren, ging es dann zum Bahrain Fort. Und Bahrain wird auch das Land der zwei Gewässer genannt. Zum einen, weil es im Persischen Golf liegt. Zum anderen aber, weil dort super viele Frischwasserquellen aus dem Boden kommen. Das ist zum Beispiel einfach Frischwasser da. Und viele Leute konnten das gar nicht glauben, dass sie dort einfach Frischwasser im Meer haben und das einfach auch trinken konnten. Und das ist die Fortress von Bahrain. Das wurde über die Jahre von Portugiesen und von Griechen gebaut, verändert. Und ich fand das einfach so krass zu sehen, wie im Vordergrund einfach diese alten Ruinen da sind und im Hintergrund einfach die moderne Stadt. Und es trifft einfach so Geschichte auf Moderne. Und das war super interessant zu sehen. Wir haben uns dann diese ganze Burg einmal genau angeschaut. Und ja, danach sind wir an einem ganzen Wald Ikea vorbeigefahren, was man halt auch so in Bahrain erwartet. Und hier seht ihr die Gräber, die ich vorhin schon erwähnt habe, aus dem Museum. Also die sind wirklich halt so noch vor Ort da. Es ging dann in die Wüste und wir haben uns ein bisschen auch angeschaut, wie das Öl dort abgepumpt wird. Also sowas habe ich auch zuvor noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist zum Beispiel eine Gasfabrik. Und wir waren dann bei der ersten genutzten Ölquelle in Bahrain, wo quasi auch Öl dann gepumpt wurde. Und dieses Konstrukt wird Christbaum genannt, also Christmas Tree. Und das ist tatsächlich so das erste Konstrukt, was da genutzt wurde, um Öl zu fördern. Danach ging es zum Tree of Life. Das ist ein Baum, der dort gepflanzt wurde. Und eigentlich können diese Bäume in der Wüste nicht überleben. Und viele davon sind abgestorben, auch wenn Leute immer wieder versucht haben, die dort anzupflanzen. Aber das ist der Einzige, der es so richtig geschafft hat. Und der auch super alt ist. Und das fand ich einfach super faszinierend, dass der dann es geschafft hat, dort zu überleben. Und da waren einfach super viele Besucher, die sich das angeschaut haben. Als letzte Station ging es zum King Fard Causeway. Und das ist quasi einfach eine Riesenbrücke, quasi eine Verbindung nach Saudi-Arabien. Und so sah das dann da halt aus. Wir sind jetzt durch mit der Tour. Und wir sind gerade auf dem Weg zurück zum Hotel. Und hier ist einfach immer noch nass. Es regnet alle paar Dekaden. Ich komme hier nicht rüber. Man regnet alle paar Dekaden. Aber wir kriegen natürlich hier den Regen in Bahrain. Es hat gestern Nacht geregnet. Und überall sind immer noch so Pfützen und so. Aber was ich hier nicht hinkriege, hier ist irgendwie immer Stau in der Nähe vom Hotel. Also einmal absolutes Chaos. Ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Aber es war ein sehr cooler Tag. Also war eine sehr nice Tour. Jetzt habe ich Hunger. Und morgen geht es sehr früh zur Strecke. Das war der erste Vlog. Es wird noch ein zweiter Folgen. Ich hoffe, euch haben hier die ersten Eindrücke von Bahrain gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Habt noch einen schönen Tag und ciao!